Das ist eine Kombination, bitte die Expertin, erklärt uns. Das ist ein akzeptiver Regenobereich von Radfahren, extrem wasserdicht, sehr robust, pflegeleicht, der Funktionsstoff kommt auf Schweden und ist umweltfreundlich ohne Einsatz von nur Komponenten gefertigt, extrem klein, leicht, passt in jede Tasche, schnell angezogen, ja, mit ein bisschen Übung natürlich. Gibt es in welchen Farben? Rot, schwarz und für blau, die üblichen städtischen Farben. Und gibt es für Erwachsene oder für Kinder auch? Für Erwachsene gibt es den Ganzkörperschutz, also Ringkombi und es gibt noch die kleine Schwester von Ringkombi für aktive Vollstuhlkinder, heißt Let's Grow, eine niedwachsende Gatschhose, die von 0 bis 6 passt. Ich bin ja gespannt, wer das bekommt, aber zuvor wollen wir anhand von Mirko sehen, ob das Produkt verspricht, ob es das hält, was es verspricht. Mirko, du musst dich ins Schaffern stellen. Die Größe passt perfekt, bitte in unser Schaffern hinein. Ein Applaus, ein Applaus, ein Applaus. So, Entschuldigung, jetzt muss ich so eine, ich bin Journalistin, ich stelle nie Sportlerfragen, aber ich freue mich jetzt auf diese Frage. Wie fühlt es sich an? Sehr gut, trocken ist ein Zeichen dafür, dass der Sieger oder die Siegerin sich jetzt freuen darf. Wer ist das? Die Frage war nach Stilvoll. Der erste Plot war eigentlich sehr schnell klar, wer wirklich Stilvoll mit Blume im Haar und passenden Häkelkäp und richtig für Arbeit, Business und für das Up for Work. Ich schaff' mal drauf. Ich schaff' mal drauf. Untertitelung des ZDF, 2020